In diesem Video erfährst du, wie du Künstliche Intelligenz oder kurz KI im Marketing nutzen kannst, um Qualität und Geschwindigkeit bei der Erstellung von Strategien, Kampagnen, Content und Funnels deutlich zu erhöhen. Und wenn du der Meinung bist, dass du von dem Wissen profitierst, das wir seit 2006 aufgebaut und strukturiert haben und das wir nun in kostenloser und praktisch anwendbarer Form mit dir teilen, dann freue ich mich sehr über deine Unterstützung indem du zum Beispiel gleich dieses Video liken und teilen magst. Wenn du also die Produktivität, die Geschwindigkeit und die Qualität im Marketing erhöhen möchtest und zwar ohne Arbeitsbelastung und Kosten zu erhöhen, dann ergeben sich aktuell im Marketing hervorragende Chancen, um Profitabilität und Wachstum mit Künstlicher Intelligenz, zum Beispiel durch den Einsatz von ChatGPT, im Online-Marketing zu steigern. Spätestens mit der Veröffentlichung von ChatGPT ist es vielen wie Schuppen von den Augen gefallen. Der Einsatz von KI im Online-Marketing ist wohl der größte Hebel, um Qualität und Geschwindigkeit bei der Strategieerstellung, der Content-Erstellung zu optimieren und zu systematisieren. Die Chancen sind riesig. Seit November 2022, in diesem Monat wurde ChatGPT veröffentlicht, ist nahezu alles im Internet verfügbare Wissen über Chat erhältlich und somit über natürliche Sprache einfach abfragbar. Natürlich gilt hier, du bekommst das, wonach du fragst. Also je genauer und präziser deine Frage ist, desto genauer fällt auch die Antwort aus. Künstliche Intelligenz kann im Marketing an zahlreichen Stellen eingesetzt werden. Oft sind Kampagnen, insbesondere das Targeting, bereits KI-basiert, oft jedoch ohne, dass du diese KI siehst und sie aktiv nutzt. KI arbeitet meist im Hintergrund. So werden zum Beispiel Kampagnen, die über Facebook oder Google oder Instagram ausgesteuert werden, über KI kontinuierlich optimiert. Damit KI im Marketing funktionieren kann, benötigt es im Wesentlichen zwei Vorbereitungen. Erstens Struktur, zum Beispiel in Form eines Funnels und zweitens Daten, zum Beispiel in Form von Conversions, die deine Funnels und Kampagnen generieren. Die beiden Punkte sind sehr eng miteinander verbunden. Wenn du KI-Tools wie zum Beispiel ChatGPT einsetzen willst, um Strategien, Funnels und Kampagnen, sowie auch Content zu erstellen und zu optimieren, benötigst du einen strukturierten Prozess. Am produktivsten ist es, wenn der Prozess durch die strukturierte Erstellung von Marketing Assets führt, also beispielsweise das Erstellen einer Marketingstrategie mit den Assets, die Personadefinition, Mehrwertargumentation und Produktdefinition genannt werden, und zwar von der ersten Anzeige über Microtests bis hin zu Bildern, Werbeanzeigen und Content für die Landingpage, sodass der Traffic auch konvertiert. Denn das ist das Ziel von jedem Stück Content, das du im Marketing einsetzt. Das ändert sich auch mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz nicht. Damit hast du zunächst Struktur für die Gewinnung von Traffic, Leads, Anfragen und Kunden geschaffen. Und diese Struktur ist essentiell, denn damit kannst du nun KI-Tools nutzen, um die einzelnen Assets zu erstellen. Wenn du zum Beispiel mehr über deine Zielgruppe erfahren möchtest und wissen möchtest, wer für dein Produkt oder deine Dienstleistung geeignet ist als potenzieller Kunde, dann kannst du diese einfach mit ChatGPT abfragen. Du wirst damit schnell feststellen, wie du deine Recherche erheblich beschleunigen kannst. Du wirst auch sehen, dass die Antwort besser wird, je besser deine Frage ist. Und dazu musst du natürlich wissen, welche genauen Schritte du im Prozess durchlaufen musst, um deine Funnels und Kampagnen als auch SEO-Content zu erstellen. Wenn du den vollständigen Ablauf, die Strukturen und Daten sehen möchtest, um deine Funnels und Kampagnen mit KI-Tools wie zum Beispiel ChatGPT in Rekordgeschwindigkeit zu erstellen, dann haben wir für dich ein kostenloses Training erstellt. Und du findest den Link dazu direkt unter diesem Video. Als nächstes benötigst du Daten, um deinen Content, deine Funnels und deine Kampagnen durch KI optimieren zu lassen. Denn die gesamte Optimierung basiert nun mal auf Zahlen und Daten. Und je fein granularer und differenzierter deine Daten sind, desto besser kann die Optimierung erfolgen. Erinnere dich daran, du bekommst das, wonach du fragst. Wenn du danach fragst, wie du deine Kampagne oder dein Funnel optimieren kannst, dann ist das sehr, sehr breit. Und wahrscheinlich kann dir auch keine KI-Tipps dazu geben, die du dann praktisch auch umsetzen kannst. Wenn du jedoch gezielt fragst, zum Beispiel, was ist eine gute Conversion-Rate für eine Opt-in-Page und wie kann ich meine Opt-in-Page optimieren, dann wirst du darauf auch eine praktisch anwendbare Antwort bekommen. Wenn du deine Conversion-Rate auf 15 bis 30 Prozent deutlich über den Durchschnitt deiner Mitbewerber optimieren willst, dann kannst du dies mit sogenannten Progressive Funnels tun. Diese Optimierung ist bares Geld wert, denn sie macht deine Funnels und Kampagnen erheblich profitabler. Du bekommst also die gleichen Ergebnisse für weniger Budgeteinsatz. Wenn du sehen magst, wie progressive Conversion-Rate-Optimierung funktioniert, unter dem Video findest du auch dazu einen Link. Wenn du also über eine feste Struktur in Form von Funnels und klar strukturierten Kampagnen Daten generierst, zum Beispiel in Form von Conversion-Rates, dann kannst du jeden Schritt gezielt optimieren. Wenn du deine Zielgruppe genau definiert hast, der Mehrwert deines Produkts oder deiner Dienstleistung dokumentiert ist, wenn du weißt, wie du deine Funnel-Struktur aufbauen sollst, dann kannst du KI-Marketing nutzen, um erheblich effektiver und qualitativer und effizienter mit höherer Geschwindigkeit in der Umsetzung und in der Optimierung zu arbeiten. Und wenn du sehen magst, wie genau diese Struktur aussieht und in welchen genauen Schritten du KI nutzen kannst, um deine Funnels und Kampagnen aufzubauen und zu optimieren, dann schau dir gerne unser kostenloses Training zu diesem Thema an. Den Link findest du auch wieder unter diesem Video. Und wenn du der Meinung bist, dass du von dem Wissen profitierst, dass wir seit 2006 aufgebaut und gut strukturiert haben und dass wir nun kostenlos mit ihren praktisch anwendbarer Form teilen, dann freue ich mich sehr über deine Unterstützung, indem du zum Beispiel gleich dieses Video liken und teilen magst. Und nun wünsche ich dir viel Erfolg beim Erstellen, beim Umsetzen und Optimieren deiner Marketingstrategie, deines Contents, deiner Funnels und Kampagnen und zwar im Rekordtempo mit KI. Bis bald!